Na, ein Kapitel machen wir noch. Wie viel ist genug? Ah, die bauen da irgendwas. Also ist es noch nicht genug. Wollen die dann Kraftwerk hin? Ey, gib die Spinne her. Das ist meine. Okay, der Geschäftsmann von heute mit den Bauarbeitern von gestern. Oh man, ich hätte nicht gedacht, dass es so trister wird und düster. So nach der Bergwanderung und so, dachte ich, es wird nichts. Oh, es geht in den Berg rein. Hätte ich das nicht vererwartet. Nein! Ah, ist das gemein. Ist das tricky. Das ist doch bestimmt ein Secret. Nein! Das kann jetzt eine Weile dauern. Nein! Ah, ich warte... Nein! Ich lasse immer... Ich will immer loslassen und weiterschwingen. Das... Nee, Koordination ist gerade null. Mit was? Äh, es lasse es halt viel zu lang, ne? Das ist gemein. Die Stelle ist echt gemein. Finde ich da lecker richtig gemein. Richtig, richtig, richtig gemein. Äh, was? Was? Wir haben uns gerade gerettet. Ähm... Es muss doch aber gehen, dass man hier langkommt. Ich will mir die Kiste mitnehmen. Das geht aber halt auch null mit dem Schwingen. Das mit dem Schwingen geht halt so null, weil du halt übel aufpassen musst, weil ich schwinge halt immer zu weit. Das ist so eine Millimeter Arbeit jetzt bei der... bei der Stelle. Ja, unsere Ausrede, es ist schon spät. Äh... 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 Was ist denn das? Äh, nein! Äh, nein! Äh, nein! Äh, nein! Äh, nein! Habe ich denn noch nie gemacht. Das Problem ist, wir kriegen gerade schon Knoten. Oh Gott! Ja! Geschafft! Oh Gott! Ich komme nie wieder zurück! Ahahaha! Klettern! Hey, da habe ich mich noch gar nicht festgeknotet. Hä? Ah, nein! Nein, nein! Ein, 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 ein! Ah, äh... Nein, nein! Oh nein! Nein! Naja, ich hoffe, wir behalten das Secret jetzt also. Normal müssten wir es ja behalten. Wieso se... Wieso hält der sich da nicht fest? Hä? 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 Warum hältst du dich da nicht fest? Jetzt. Okay, kann man sich noch weiter schwingen? Ah! Alles klar. Ah! Am Fitzel! Am untersten Fitzel! Krass. Na! Wir kriegen schon wieder Knoten. Das ist unglaublich. Wie schnell wir Knoten kriegen. Das finde ich so krass. Was war denn das? Ähm, äh, ähm... Ich war es nicht. Ich war gar nicht da. Ich war meine Lieblingsstelle, definitiv. Hä? Warum... Alles klar? Ich muss da klettern. Jetzt wird's was. Wir kriegen halt schon wieder erste Knoten. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, 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 ja. Ihr Scherzkekse, wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Ach so. Das sah aber gerade aus wie Dynamit. Das sieht, das sieht ein bisschen aus. Also, also komm, das sieht doch ein bisschen aus wie Dynamit, oder? Will's? Ziehen wir jetzt den Stecker? Oder gehen wir da rein? Ja, wir gehen hier rein. Iiiiiiih... Okay. Okay. Wie haben wir denn die jetzt ausgemacht? Ähm... Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich bin ein bisschen verwirrt. Vor allem, weil ich Angst vor den Kakerlaken hab, dass die mich killen. Weil die doof sind. Ich glaub, ich muss noch irgendwie da an die Belicht, an den, an den Knopf kommen. Nein! Nein! Ah, nein! Ah, da hab ich ja einen Feind gefunden. Das ist auch ne Lampe? Tatsache. Weg frei! Oh! Bahn frei! Verschwindet! Verschwindet! Oh Gott, Kakerlaken sind eklig. Warte, ich muss da bestimmt einen Knoten setzen. Nein! Oh Gott. Ich dachte grad, wir sterben. Warte schon. Knoten. 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 Und jetzt? Das war irgendwie nicht effektiv. Das war ganz und gar nicht effektiv. Muss ich irgendwie runter? Aber der muss doch eigentlich das aufhalten, oder? Aber so komm ich ja nicht durch. Wie komm ich dann durch? Muss doch gehen. Oder kommen wir jetzt durch? Ne, es geht ja irgendwie dazu. Hä? Das ist jetzt gemein. Ich weiß, wie ich's machen würd, aber es geht nicht. Was war denn das? Das muss doch aber irgendwie so gehen. So. Und hoch. Ich hab' nur vergessen zu ziehen. Können wir eigentlich auch hier lang, oder? Ah, nee. So. Rehe! Komm zurück! Komm zurück! Wir sind tot. Von ISO zu ISO. Oh, okay. Das wird nichts. Das ist ja fies. Wie... Oh, laut. Wie erden wir uns denn? Nein! Ah, ich hab' gesprungen! Ich hab' gesprungen, das Deutsch. Ich bin doch gesprungen! Blitz! Nein! Ah! Hm! Ah, komm, komm! Ich geh' mich gleich irgendwo erden. Das war knapp. Komm' ich denn jetzt da hoch? Mit einem gewagten Sprung, oder? Hm. Oder schwingen. Ah! Was? Lol. Ich bin nicht ungeduldig. Nein. Ach! Bei einer Brücke. Mein Knopf! Mein Knopf! Es ist mein Knopf! Mein Knopf! Mein Knopf! Mein Knopf! Mein Knopf! Mein Knopf! So. Nein! Ah, nein! Ist das gemein! Kopfstein! Ja, dann hört's auf. Aber die Strecke ist doch viel zu weit, oder? Oder ich lerne springen. Ich lerne springen. Wir sind wieder flüssig! Yay! Oh, oh. Äh, Garn. Garnverlust! Wir haben... Wir haben... Garnverlust! Das nehme ich mal lieber mit. Oh, Mann! Was zum... Ich hab grad voll nicht gesehen, wo ich hin muss. Na! Mich hat's gegrillt. Ich wurde eiskalt gegrillt. Ich hab doch alles gedrückt. Ich hab doch alles gedrückt. Lol. Ah, warum hat er losgelassen? Jetzt müssen ich... Mmh... Nein! Banan... Die Haare! Ah, Safe find. Oh, 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 oh. Was? Lass die mit, so schnell. Ach, ich muss nach rechts. Ich weiß es, ich muss nach rechts. Hä? Ey, hier ist doch alles tödlich, oder? Hier komme ich aber nicht weit. Da oben kann man klettern. Okay, und jetzt? Das habe ich jetzt sowas von gar nicht verstanden. Nochmal zurück. Was haben wir? Ach so, ah. 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 Jetzt habe ich es verstanden. Huch. Ups. Ich war es nicht. So, wir haben doch ein Schuh draus. Bitte keine Kakerlaken. Oh, die Spinner. Es gab einen Streit. Oh. Was? Wie soll denn das funktionieren? Nein. Oh Gott. Okay, also ich kann hier gefahrenlos runterfallen. Alles klar. Ach, ich habe eine Idee. Flaschenzug, natürlich. Ich habe eine Idee. Wir machen uns einen Flaschenzug. Werksteigen. So schaltet man alles ab. Meine Spinner. Endlich. Wie viel ist genug? Die Retter stellten sich als Plünderer heraus. Ihre Versprechen waren leer und der Prozess war toxisch. Jetzt gehen unsere Kinder in den Süden und die Alten bleiben zurück, um die Wunden zu pflegen. Wo, wenn du denkst öfters, äh, ja, ich kann das nicht, ich kann die Sprache nennen nicht. Oh, die haben alles abgerodet. Oh, die Armpfische. Die Schweine. Die haben den See vergiftet. Oh, die ist ja nicht. Das ist gut. Aber da war.